Die Erinnerung an I.A.'s Geburtstag ließ Pooh seinen knurrenden Magen völlig vergessen. Hallo, I.A. Hoffentlich hast du einen schönen Geburtstag. Nicht besonders. Hat nicht gut angefangen. Mein Haus ist wieder eingestürzt und es ist noch nicht repariert. Vielleicht passiert ja heute noch was, was dich aufheitert. Wir haben eine tolle Überraschung für I.A. Ich werde mal nachsehen, wie der Stand der Dinge ist. Ich werde mal nachsehen. Ich werde mal nachsehen. Das ist ein wenig Wettbewerb. Ich werde mal nachsehen, wie die Erde oder die Erde fällt. Das ist ein wenig Wettbewerb. Oh, 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 oh. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Puh, du kommst hier wie gerufen. Wir stecken in der Patsche, Kumpel. Ihn arsgeheime Überraschung droht zu platzen. Oje, dann muss ich wohl über die Brücke und, ähm, sie hatten. Offenbar brauchst du eine Kurbel, um die Brücke herunterzulassen. Ich hüpf mal weg und schau mich um. Offenbar brauchst du eine Kurbel, um die Brücke herunterzulassen. Offenbar brauchst du eine Kurbel, um die Brücke herunterzulassen. Offenbar brauchst du eine K�elteinige Abschritte. Offenbar graολ. Offenbar Neo Station Offenbar Oh, danke, Tigger. Keine Ursache, Poo. Jetzt musst du Ferkelchen finden. Er bewacht das Geschenk, weißt du? Oh, danke, Tigger. Oh, danke, Tigger. Oh, danke, Tigger. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ein Hammer ist sehr nützlich, um Steine kaputt zu schlagen Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Puh, dieser Durchgang ist etwas zu eng für mich, aber vielleicht passt ja Ferkel durch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ui, Ferkel, der Weg ist versperrt. Und nur so ein kleines Tier wie du passt da durch. Oh, okay, Puh, ich versuch zu helfen. 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 Ich bin froh, dass wir IAs Geschenk gerettet haben. Aber jetzt kommen wir nicht weiter. Oh, Puh, Puh, ich versuch zu helfen. Oh, Puh, ich glaube, ich komme da durch. Ich suche mir einen Stock, um den Weg freizumachen. Oh, oh, okay. Ah, ha 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 ha... Ah, ha 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 ! Ah. Ha 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 ! Daatur Dokner Säurel命össin Untertitelung des ZDF, 2020 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 Alles Gute, IA! Wir haben eine besondere Überraschung für dich! Eine Überraschung? Ja, wenn du mitkommst, können wir dich damit überraschen. Alles Gute, I.A. Wir haben eine Überraschung für dich. Ja, eine geheime Überraschung. Oh, seht nur, ein neues Haus. Genauso eins wollte ich. Danke. Bitte, gern geschehen, I.A. Ja, und tatsächlich, Poo erinnerte sich daran, dass I.A.s Geburtstagsüberraschung die bisher beste gewesen war.